Hallo, heute ist der erste Advent und nun beginnt die heilige Zeit. Ich habe euch ein Lied geschrieben, um euch zu grüßen und um euch eine wunderschöne Weihnachtszeit zu wünschen. Nun ist es soweit, es kommt die heilige Zeit. Es ist jetzt Advent, das erste Lichtlein brennt im ewig grünen Tannenduft, die Botschaft der Weihnacht umzugt. Ich wünsche uns allen, möge das Licht uns im Schein erhellen, unser Herz erwärmen. Mögen wir seinen verbundenen Blick in Freude für das Leben schwärmen. Lasst uns nun leben in Harmonie, ohne Angst füreinander da sein. Liebe und Güte, eine Sinfonie in göttlicher Ewigkeit. Sind wir nun bereit, zu vergessen all das Leid und zu leben alle Zeit in Frieden und in Freiheit? Habt eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Tschüss!